sehr schöne Schindleraufzüge oder was auch immer ich meine das sind Schindler es kann auch ein anderer Hersteller sein denn in den anderen Gebäuden kommt der für bisher Schindleraufzüge ohne Aufzug von Schindlergebäuden aber so sehr schöne Aufzüge oh wie schön mit Glas aber leider ist der Eingang gesperrt von Elixen man kommt da in eine Chipkarte rein und man komplett verriegelt Schade dass hier die Elixen-Verwaltung hier in Bissedorf eine heiße Betenzenallee und das ist unser Spaß